Als nächstes stelle ich mich vor, ich bin der Hotte und habe auch ein Spiegel zu Hause. Und ich möchte das jetzt in einer Parodie mal vortragen. Diese Parodie habe ich ganz allein für mich geschrieben. Ähnlichkeit mit anwesenden Personen ist reiner Zufall. Wenn ich morgens in der Spiegel zieh, dann denk ich nur, oh jemine, du siehst ja aus wie feind, wie sieh. Wenn ich dann so an mir unterseh, erblick ich an der Mannes Kraft. Mit Faltenbauch, ganz abgeschlacht, damals, er muss gleich ein Gedicht in Badendress. Heute faltenreich vom Gesicht bis zum Gesetz. Wenn ich dann die alten Bilder seh, ein Muskeltraum in Dunkelbrauch im Baddelboot am Hattigsee. Wenn ich mich dagegen heute seh, der Scheitel wurde zur Chancé und liegt versteckt unter dem Toupet. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann tut das Ganze doppelt weh, wenn ich all eure makellosen Figuren sehe.